Die Klimakrise beschäftigte uns alle auf unterschiedliche Art und Weise und sie ist nicht die einzige Krise, die uns Sorgen macht. Deshalb habe ich mit Maren Urner gesprochen. Sie ist Neurowissenschaftlerin, beschäftigt sich mit Informationsverarbeitung. Also wie wir als Gesellschaft mit diesen Dauerkrisen fertig werden. Guten Abend, Frau Urner. Guten Abend. Eine Nachricht wie die heutige, dass der Klimawandel womöglich viel schneller kommt als gedacht, die kann doch nur Angst und Sorgen machen, oder? Auf jeden Fall. Und das ist auch gut so. Denn tatsächlich beobachten wir gerade mit Blick auf die Klimakrise, dass wir weltweit uns da eigentlich zu wenig Angst und Sorgen machen, weil wir uns häufig mit anderen Dingen ablenken. Die Frage ist halt, ob wir dann daraus Kraft und Neugier schöpfen, um über Lösungen nachzudenken und auch entsprechend zu handeln. Wo Sie Lösungen erwähnen, ein Satz, den Sie gerne zitieren, ist, das Reden über Probleme schafft Probleme, das Reden über Lösungen schafft Lösungen. Lösungen klingen gut und positiv, aber beim Klimawandel, gerade beim Klimawandel, hören wir immer, es geht nicht ohne Verzicht. Das passt auch nicht zusammen, oder? Das ist tatsächlich eine der Kernherausforderungen, gerade mit Blick auf die Klimakrise, dass wir zu sehr in einer Verzichtsdiskussion beziehungsweise in Narrativen verharren, die sich ganz, ganz stark auf das, wogegen sind wir eigentlich, konzentrieren. Also immer zu schauen, was verlieren wir dann, was verändert sich dann? Und das ist etwas, was das Gehirn überhaupt nicht gut findet, weil wir halt in so einen Modus, der durch Abwehrhaltung und der durch Angst bestimmt wird, gelangen. Und was wir stattdessen machen müssten, oder wenn wir unser Gehirn besser nutzen wollen, ist häufiger und immer wieder nach dem Wofür zu fragen. Also was gewinnen wir eigentlich? Was bekommen wir dazu? Und das sorgt dann automatisch dafür, dass wir in unserem Gehirn andere Regionen und auch andere Fähigkeiten und damit Kapazitäten freisetzen, weil wir uns eben vorstellen müssen, wie wir in Zukunft leben möchten. Und damit nicht nur unsere Neugier, sondern eben auch das, was tatsächlich den Menschen von allen anderen Spezies auf diesem Planeten unterscheidet, nämlich unsere Vorstellungskraft nutzen müssen. Und das wiederum findet unser Gehirn und damit unser Körper tatsächlich auch gut. Also unser Belohnungssystem wird gleichzeitig mit aktiviert. Und nun sind diese Krisen aber ja sehr unterschiedlich. Die Klimakrise zum einen. Aber wenn wir auf den Krieg schauen, da fehlt uns allen sicherlich die Fantasie, wie wir wirklich positiv Lösungen vorschlagen können. Menschen sterben in der Ukraine und bei uns werden Energie, Lebensmittel teurer. Ja, es geht auch nicht primär darum zu sagen, wir müssen jetzt irgendwie positive Nachrichten oder positive Lösungen finden, sondern es geht bei dem Ansatz des lösungsorientierten Denkens eigentlich primär darum, die Frage nach dem Was-Jetzt, also gekoppelt an dieses Wofür, immer die Frage nach dem Was-Jetzt zu stellen. Und damit eben nicht das, was wir in der Psychologie als erlernte Hilflosigkeit bezeichnen, in so einem Zustand der Überforderung, der Passivität und vielleicht auch der Erschöpfung zu landen. Das, was ganz, ganz viele Menschen berichten und auch über die Generationen hinweg, wir mittlerweile in den verschiedensten Umfragen und Studien beobachten können, sondern eben zu schauen, wo wollen wir eigentlich hin und wie können wir nach dem Morgen ja fragen und dann auch entsprechend handeln. Das hat nichts damit zu tun, dass jeder Einzelne oder jeder Einzelne jetzt die perfekte Lösung parat haben muss, sondern einfach dadurch, dass wir das Was-Jetzt-Fragen, wir über die Zukunft nachdenken und eben nicht über die Vergangenheit. Und mit Blick auf die Kriegsberichterstattung würde ich da vielleicht ganz konkret zum Beispiel auch im Fokus mehr darüber berichten, was halt in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass Situationen wie diese oder vergleichbare deeskaliert sind. Also welche Zutaten, welche Gespräche, welche Kommunikationsformen brauchen wir dafür, um damit dann wiederum in den Köpfen und uns Menschen das Lösungsorientierte und das Zukunftsorientierte zu stimulieren und damit auch tatsächlich dann für mehr Lösungen zu sorgen, weil unser Gehirn einfach in einen anderen Modus schaltet. Wenn die Probleme unter Druck zu groß werden und wir hören ja gerade, Druck und Probleme bleiben, egal welche Lösung wir finden, tendieren wir dann zum Verdrängen und notfalls zum Leugnen, ob beim Klimawandel oder bei Corona? Ja, da ist tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die häufig von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu nachteilig beziehungsweise nicht genug beachtet wird, dass wir eben nicht einfach aufgrund von Fakten unsere Meinungen, Überzeugungen und Werte verändern und dass es nicht ausreicht, die Fakten aufzureihen und zu sagen, das sind jetzt die Zahlen, wir haben gerade die sechste planetare Grenze überschritten, wir werden sehr wahrscheinlich sehr viel eher 1,5 Grad überschreiten, wenn wir nicht entsprechend handeln. Das allein reicht nicht aus, um Menschen davon zu überzeugen, dass das tatsächlich der Fall ist und dann viel wichtiger natürlich auch entsprechend zu handeln. Dafür müssen wir viel, viel stärker auf Gefühle, Emotionen und damit unsere Werte und eigene Identität anspielen, weil sonst im Zweifel häufig das Gegenteil passiert, dass wenn mir jemand etwas sagt, was meinen eigenen Wertvorstellungen und der eigenen Überzeugung widerspricht, ich erst recht an der alten und vielleicht falschen Tatsache festhalte oder eben nicht Tatsache. Danke an die Neurowissenschaftlerin Maren Urner für diese Sicht auf unseren Umgang mit Krisen. Sehr gern.